Hallo, nächste Programmvorschau am Start. Ja, die Verena war mal wieder mein Gesprächsgast und sie stellt ihr neues Projekt vor. Lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen, anzuhören bei VK, bei BitChu, die sich den Trailer bei Windows TV aufrufen, entsprechenden Link kopieren in die Browserzeile. Ab damit und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.